hallo und willkommen bei get down minecraft get down so ich habe für black and white die kommt als zweites mal wieder nach etwas längeren get down oder für mich nach etwas längeren mit den mb4 texture pack abgeändert durchsichtiges inf und hinter mir das fatal zeichen ja als gesprächen gibt es nichts außer dass heute länderspiel ist deutschland 18 uhr im spiel und für die leute die sich fragen warum ist es nicht so 100% flüssig ich nehme immer noch ein 30 bis auf aber ich rendere nebenbei falls doch irgendwann kurz in der aufnahme das bild hängt ich renne da sorry ich warte doch gar nicht drauf schön gekillt da ist einer relativ nein nein oh man ich wollte nicht warten dass texture pack ist finde ich in ordnung gehalten halt wie immer pvp lastig und auch extra für get down die sache hier wie zum beispiel immer noch die seelampen dann habe ich für mini battles das kann man nicht als perfekte mini battles nutzen da musste der eingang immer offen sein mit falltür das fallt hin und so auch farbig sind extra dafür alter die runde läuft gar nicht okay ich hab 619 irgendwie haben alle voll lange gebraucht niemand hat es richtig geschafft richtig gut zu spielen so black and white die map ist geschmeidig die map ist geschmeidig also die ist gut für mein texture pack und die sprünge sind auch nicht so groß das größte problem an der map ist man muss erstmal die ganzen blöcke unterscheiden können also nicht alter ich stehe mir das mega ätzend vor wenn die kolmen blöcke in dem blau ton sind und die schwemme die sieht man extrem gut also die map könnte eine meiner liebmix maps werden so 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 also ob der tausend noch was hat wir haben 946 und das system gehen müssen wir dann noch mal gucken was wir können so drehen ist in Ordnung. Ich seh drehen immer noch als positiv an. Du bist halt gezwungen kurz zu regenerieren. Du guckst dich währenddessen einmal um. Resistance. Sehr schön, relativ weit unten schon. Schön. 1650 gegen 1300 und noch was. Ok, das wird kritisch. Flame. Jetzt brauchen wir nur noch Infinity. Unendlichkeit. Schön. Und jetzt hier Verbrennung 2. Genau, perfekt. Genau, so ist gut. Ähm. Genau. So sind wir ready. Blaue Herzen. Blauer Goldapfel. Hier ist kein blau mit drin. Ne. Maxi auf dem Schwert. War Maxi endlich noch, weil ich seinen Kopf verkackt hab. Kommt Maxi Lade runter, da kommt dann Potty Führer auf. Ähm. So. Da seht ihr die Falltüren, die sieht man gut, wenn die in Wasser sind. Nein, das Feuer muss ich wegmachen. Ah, nee. Aids. Alter, ist das Aids. Ich guesst auf den. Wird der verfolgt ja. Das heißt, der wird besser sein. Oh. 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 Ah. Kommt. Kommt. Schade, drei Herzen. Okay, dann ändere ich das jetzt unbedingt und dann sehen wir uns gleich wieder bis zur Runde 2. Bis gleich. Hallo und komm. Bei der zweiten Runde. Ich durfte jetzt Feier geändert haben. Ich hoffe es. Und immer noch beim Rendern. Ich werde nachdem das Video gerendet ist. Nicht beim Aufnehmen Rendern, sondern erst danach. Während das nicht was anderes zocke. Das ist nicht nervt, weil ich merke es selbst beim Zocken, dass es nervig ist. Aber ich muss aufnehmen. Weil viel zu schuld, ich nehme das alles, alles was aufgenommen ist, nach einem Mmb4j auf. Weil ja während das Mmb4j keine Videos außer das Mmb4j kam, dass ich weniger Stress habe. Das ist eben sehr, das sieht gerade sehr komisch nach einem Programm aus. Ah. Genau. Also ob drei Primi drin sind. LOL. Ähm. Ja. Nur irgendwie leckt es gerade. Teilweise wirklich so in Minecraft nicht. In Minecraft nicht. In der Aufnahme. Die läuft ja nebenbei. Immer parallel auf dem Zweitbildschirm. Läuft das Aufnahmenprogramm und man sieht da richtig, dass es laggt. Va 197 ridiculiert. Boah. Z pesiert nicht. Und das war alles ganz wichtig. Oder einfach so in Cole. Okay. Bäm. 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 Bäm ein Bäm. 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 Yep. Bäm. 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 Nein, ich hasse es. Und so. Pegue. Fettes Kind halt. Render schneller. Und deswegen sollte ich meine Einstellungen nicht in Minecraft ändern, weil es ja erst ging. Im Endeffekt sieht es nur so aus, aber in Wirklichkeit leckt es 0 und ich mache mir umsonst Sorgen. 1 BG. Auch wenn wir auch gut dabei sind, wir hatten nur 100 weniger. Verbrennung. Ich gebe erstmal eine Rüstung. Verbrennung. Jetzt muss ich auf Sicherheit und Endlichkeit nehmen. Und Endlichkeit und jetzt nur noch Flame. 1 BG. Ich wollte denen nur schreiben, nur dass sie es wissen. Ich glaube, das ist fast derselbe Bogen. Dann ist der eine Bremmer, aber nicht der komische. Ich glaube, das ist das eine Bremmer. ich guck mir das zur sicherheit an ob die team danach das der eine so dann würde ich sagen was mit der runde ich guck jetzt ob die geteamt haben wenn ihr report ich sie dann würde ich sagen haut rein lass ein like da ich renne dann nicht mehr beim aufnehmen und tschau tschau